hallo meine bokefreunde und pokenenden willkommen zu einer neuen folge von suzy cube wir sind letztens stehen blieben am ende der zweiten welt wir können jetzt das boss level freischalten welches wäre immer an der wand hoch okay interessant und go hinter dem ist noch bestimmt irgendwas oder die kamera schon so ist ja ich hatte das gefühl ich habe schon lange keinen ziel gespielt das stimmt dann tut es mir leid ich mag das spiel wirklich aber ich weiß nicht ich hatte halt nur noch ein paar andere spiele und so jetzt kann man das andere power up ja wahrscheinlich brauchen wir das auch deshalb nehme ich jetzt mal aber ich halte mir doch glaube ich schon in diesem einen pyramiden dafür gesehen von da ist das glaube ich dann nichts neues falls ich mich komisch an höre ich bin erst seit weiß ich nicht wann war eigentlich bin ich schon seit 11 uhr war scheiß es nicht so ein level und nein aber das ist aber das letzte level war von der letzten welt war auch so ein level ich bin gerade ein wenig ruhig und bin ich cool ich habe keine ahnung hier war eigentlich schon 11 uhr wach gewesen aber ich habe mir gedacht komme ich noch mal hin und dann habe ich das wird sie nur geschlafen ja so schön ist es jetzt auch hier nicht nur hier ich jetzt geht's los genau jetzt geht natürlich alles zu ne komm das video so was jetzt ach so da muss ich drauf der macht man hallo denkt sich so ja nach zehn jahren könnte ich mal irgendwas machen so ne alter scheiße ja oh mein gott war es der erste ja es war der erste oh mein gott ok was soll das neue mekaniken für die nächste welt das ist das zeigen oder aber wir werden auf jeden fall bosskampf bekommen ich bin schon gespannt wer es sein wird ok ich hab Angst dass ich irgendwas vergesse und dann darf ich das level nochmal machen ich hab da keine lust zu oh man ich soll nicht schon das ende oder das sieht so aus als wäre hier das ende hier muss es was geben nein oh verdammt hier gab es nichts schnell weg hier warum gab es da denn nichts das sah so voll so aus als wäre da halt was oh man da ist aber was definitiv ok war der zweite zum glück oh mein gott ich weiß nicht getan hätte werden jetzt der dritte die wahrscheinlich umgebracht haben wir überhaupt schon ein checkpoint gehabt ja okay ja gut wo ist der dritte oder buskampf hast du bist wieder oh mein gott es ist das rote garados das hier ist der see des zorns aber in der wüste oder so das rote garados das ist shiny auch diesmal schießt er kein gift sondern feuer er ist jetzt vom typ feuer hat er gemerkt das bringt mir nichts ich bin ein bisschen sauber ich bin gift immun das ist ja auch feuer das ist effektiv gegen den spaßten naja komm versuch's doch oder was macht ihr denn jetzt hä ich hab jetzt nicht gecheckt was das sein sollte kann ich ihn dann treffen oder wir haben ja oder wie oder auf eine dritte stern achso ich muss auf ihn drauf fliegen achso ja dankeschön ist nicht geil gecheckt bäm Haha was willst du jetzt Bäm kriegst nichts von mir kriegst meine körperteile nicht kriegst du meinen helmen nicht also was ist das jetzt da kann ich nicht aufstehen das aber jetzt geht's weg dankeschön von noch mehr coins dumm aller barm ich habe ich eigentlich nicht da unten reingehe ja ich glaube schon das ist glaube ich treib sand was auch oben gekommen ist ja komm komm ich hab diese leckerli komm wow oh nein oh nein ich hab meinen power up verloren kriegst wieder bitte sonst kann ich die kaffee schaffen glaube ich oder zumindest nicht diese druckwellenattacke aber die check ich irgendwie nicht oh man oh man okay okay gehen wir mal ein power up dankeschön das ist aber echt dumm mir ein power up zu geben oder findet ihr nicht da gut ist ein videospiel bauter stirbte tja ist immer noch zu langsam vielleicht nimmst du mal hier geschwindigkeitsplus so muss der dritte stern der müsste jetzt auch hier sein oder oder okay das war der boss ich habe gedacht das kommt was anderes aber es kann so gleich okay dann haben wir haben es auch geschafft gegen ihn doch mal zu bestehen das war richtig easy wir kriegen jetzt das bild hier was nichts mit dem boss zu tun hat okay so jetzt das special level 2 erst perspektiven wechsel und nein wohl das ist nicht ganz cool online online so man eigentlich ist das ganz cool das erinnert mich an diese mario an diese mario free land level da ist man eigentlich ganz cool sogar wow geht schon verwirrend keine ahnung wie die das jetzt hinbekommen haben so von hier hinten kann man so hoch springen oder oder wird einfach so hoch okay das war richtig easy auch wenn das wenig verwirrend am anfang war das war aber nicht schon genug leider nicht nicht mal die hälfte und wir haben schon wer durch sternen kram 2 freigeschalten cool okay 3 1 wir sind in der dritten welt leute rollen im schnee ist es eine schnee welt wer hat es gedacht ist ja auch meistens ich mag die musik aber im eis die ist gar ganz ziemlich gut warum sicherlich hallo kamera scrolling level wie scrolling level liebe ja genau hier war ein checkpoint hier oben war auch oben war hier waren wir wollen hier waren wir können hier waren wir können ja auch eine sogar hier ebenfalls und ein wunderbar ja dann am ende auch höh ich bin jetzt tot hey das war nicht nett und bringst du mich um da habe ich mir ein power zu widersuchen oder gibt es hier noch ein gibt so den normalen post boten was bist du für einer ja das sind genau diese gleichen mario gegner nur hier sind einfach schlechter aber sie sind cool aus muss ich sagen darf ich bitte mich da was sehen das geht viel zu langsam hier das scrolling finde ich und es ist viel zu weit reingezoomt hier war das mit der stelle ich dachte das kommt noch sie hier wieso da kam schon hier stehen du am besten bleibe ich einfach ganz hinten dann sehe ich habe zumindest am meisten voran ich bin ein wenig ruhig ich weiß ich weiß aber nicht was ich sagen soll weil das level verwirrt ein wenig aber okay das als erstes level der dritten welt ist jetzt ein wenig muss das sein kommt mir persönlich sogar eher vor wie ein s level das ist doch kacke das ist doch voll scheiße wenn er jetzt allerdings dann ist das voll scheiße ich hoffe jetzt mal drauf dass die die witte jetzt nicht so dumm sind und dann wirklich ein stern reinpackt scheiße wo du bleibst da stehen dann was ist das denn hier soll das eis sein ja wahrscheinlich ja ist eis ich rutsche und ich helfe oh man diese explosion am ende noch von vorher habe ich anscheinend getroffen scheiße hilfe mama ich will nicht schon wieder gerüstet werden hey one up habe ich nötig naja eigentlich nicht schaffen wir die 99 one ups na gut so nicht alle haben jetzt sind ja gut eigentlich nicht aber manche leute haben nächste mal wurde das jude lachs ich habe süßig über das ist eine million subs ich habe knäckebrot was willst du machen ich mag den loop aber irgendwie ok komm ok aber das ist echt langsam dieses crawling findet ihr nicht also ich finde das echt lahm und auch irgendwie scheiße ich sollte mich treffen lassen dass er doch denn wir wollen ja ein postbote bleiben das ist unser traum job immerhin besser als kämpfer zu sein denn der rente sind ja gut ist nichts schlimm ist dran dann klempner seiner reich ist halt nichts für mich so oder postbote ja ich denke weil ich könnte damit noch leben wenn da jetzt irgendwo noch ein stern war vorher wo soll denn dann bitte gewesen sein ehrlich das gleich war alles nein nein warten 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 jetzt das war der dritte ok leute dann werde ich gleich nachsehen wo der zweite war oh man oh nee ey komm das ist doch scheiße jetzt darf ich das ganze level neu machen das ist so langatmig und nervig das ist kacke das ist echt kacke muss ich sagen da ist auch jemand das ende ja da unten oder ne es ist nur noch schnell hol es dir auch wenn du nichts siehst ja 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 das dauert viel viel zu lang ich hasse dieses level einfach nur weil es so lange dauert hier war es das aber ok gibt es irgendeinen bonus nein natürlich nicht ich darf wieder suchen gehen ich habe keine lust aber ich muss es tun und dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich gefunden habe ja 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 das ist echt kacke man aber hey nur noch oh mein gott das war doch so klar dass es hier ist es war eigentlich so klar das ist fies und kacke aber ehrlich so weiter geht es 3 2 archäologische expedition und ich kann es wieder nicht starten man ich hasse diesen bug warum warum wie fix man das help ah ok so ok so schon wieder so ein richtig cooles pyramidenlevel oh die mag ich es ja war bisher ganz cool und drunter da waaaaaah und ich habe alle coins verpasst gäbe es da jetzt einen stern für wenn man alle coins entammelt aber ne wir sind nicht weiter angekommen ok warte was gibt es denn beim anderen ich will ja natürlich schon alles haben wir machen erstmal das rechte na ok aha aha eh warte was nein doch hä es war der zweite ach so wahrscheinlich weil man das linke erstmal machen sollte und dann hier das hier gibt es auch noch mal ja zeit braucht man anscheinend viel oder so hier ist alles sehr verwirrend aufgebaut ok sieht aus wie das weitergehen was gibt es dann hier hier gibt es so viele wege so much to do so much to see what should i do to get the next is ok irgendwas hier oh one up nein wow ich werde fast ins feier gefallen oh shit kann man wieder an die plattform kommen dankeschön 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 na da oben ist irgendwas irgendwas cooles besonderes wir wissen was es ist deshalb lasst mich mal nach da oben ach dann kann man da weiter okay alles klar dann geben wir mal hier lang das ist für den stern der letzte stern das heißt bei der linken abgebung gibt es dann noch und steht vielleicht ist das linke einfach nur ein bonus für den ersten stern kann er sein normal war das jetzt tut mir leid bevor ich den checkpoint aktiviere ich werde jetzt wahrscheinlich wenig sterben denke ich mal gehe ich jetzt noch mal zurück zum linken weg vielleicht war ja da ich da reingehen sollen den ersten stern war hat er auf mich gewartet aber ich mach ihn da und er hat keine chance eingehen nein hilfe was machst du wo wirkst du mich hilf ich will keine stalker in meiner umgebung oh mein gott hatte gehen die auch nach draußen hier kann man nicht hoch da kann man wie hoch aber anscheinend nicht was gibt es dann aber hier abkürzung nein sagt mir jetzt nicht da oben wer der der wetten da oben wer der stern gewesen aber ich habe jetzt verkackt was oder es war doch so oder online checkpoints gibt es zwei exits ich denke ich komme gerade null mit ne gibt es da unten nicht irgendwo jetzt auf den stern zu holen ja da ja ich hatte recht ich hätte das nicht drücken sollen das war dumm von mir hätte ich nicht riechen können war das war fail ja ich würde sagen wir machen das ganze level hier noch in diesem part dass ich ja alles von dem level zeige ok ok alles klar das ach so ja gut okay dann muss ich selber gleich noch mal kurz betreten um das den einen stern zu holen jetzt kacke aber ist halt so so uh coins vorher auch nichts anderes oder so oh football football junkie so äh wofür brauchen wir den denn hier vielleicht bam nein wofür brauchen wir den denn für nächstes level ich weiß es nicht kann sein dass das level jetzt das ist dass der part jetzt heute etwas länger ist da kann ich jetzt nicht drauf geachtet kann aber sein falls ja dann tut es mir leid ok ja dann soll es das ende sein war auf jeden fall ganz okay fand das andere level aber besser aber es ist nicht so trotz war das ganz cool oh ja wir sehen uns gleich wieder wenn ich's geholt hab und dann wisst ihr was ich holte es aufschnitt habt ihr gesehen wie man das macht nicht den schalter betätigen wir werden hier die folge wenn es nicht gefallen hat das positive bewertungen ja und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt zu die cube haut rein leute und ciao und